Ein Behälter, der 0,25 Kilogramm Wasser bei 20 Grad Celsius enthält, befindet sich im Gefrierfach eines Kühlbahns. Welche Wärmemenge muss man dem Wasser entnehmen, um es in Eis bei 0 Grad Celsius umzuwandeln? Hier die Angaben. Die Masse beträgt 0,25 Kilogramm. Die erste Temperatur beträgt 20 Grad Celsius und die zweite Temperatur beträgt 0 Grad Celsius. Dieser Tabelle entnehmen wir die spezifische Wärmekapazität vom Wasser. Das sind 4186 Joule pro Kilogramm Kelvin. Dieser Tabelle entnehmen wir die latente Schmelzwärme vom Wasser. Das sind 333.700 Joule pro Kilogramm. Gefragt wird hier eine Wärmemenge, die wir in Joule ausdrücken. Und um die herauszufinden, nutzen wir diese zwei Formeln. Zuerst ist das Wasser bei 20 Grad und dann sinkt die Wassertemperatur auf 0 Grad. Zu diesem Teil brauchen wir diesen Term CMΔT aus dieser Formel. Hinterher ab 0 Grad wird das Wasser in Eis umgewandelt und für diese Umwandlung brauchen wir diesen Term aus dieser Formel. Jetzt brauchen wir hier drin nur noch CMΔT, LS und M durch ihre bekannten Werte zu ersetzen. Wir rechnen das Ganze aus und finden somit die gefragte Wärmemenge. Es handelt sich um 104.355 Joule. Schild das Wasserером in Eis北. 778 Joule пят. 778 Joule versatmümmert